ARD Text im Auftrag von Funk So Da muss ein bisschen Mein Gott die G18 ist voll für den Arsch ey Ich hab ihn einmal gemessert bekommen Das zweites mal habe ich leider hingekriegt So ich hol jetzt mal eine andere Sekundär Und zwar hol ich die Ich glaube ich hat immer die MP443 Die fand ich auf jeden Fall deutlich besser So versuchen wir es mal jetzt nochmal Dann hoffentlich mit einer besseren Sekundär mit der ich auch klarkomme Sehr schön Sehr schön also immer schön in den Gang campen Dann machst du deine Kills sehr schön Und da kriegt er auch schon gleich den nächsten Kill Also die Taktik ist wirklich awesome So Oh ah die sind in Gefahr Der ist da drin ne Mein Gott Da beweist mich doch jetzt wohl einer oder Ey komm komm Ninja Jetzt Ninja läuft einfach weg Ist in meinem Squad Ist in Mandic Not bad Not bad So Also Also was ich jetzt versuche ist Die Typen erstmal zu killen So So Okay Da war fast so ein Kill wie er vorhin wo er mich gemessert hat Ich glaube das war ganz ähnlich Haben wir jetzt gewonnen oder verlor? Wir haben gewonnen Ey Die haben uns das ganze Match am Anfang dominiert Und dann haben sie Dann haben wir trotzdem noch gewonnen Das war jetzt wiederum ne Am Anfang scheiße Dann aber geile Runde So ich nehme mal eben hier einen Schluck Schweppes Denn ich nehme jetzt hier schon 40 Minuten am Stück auf Muss mal was kleines trinken Ah dieses Bitterlemon ist so gut Leute Das ist richtig derbe gut ey Ich mag das Getränk voll Und dann gibt es ja noch dieses rote Argrum oder sowas ne Also jetzt hier Schweppes Finde ich richtig geil vom Geschmack her So Bitterlemon Und äh Jo Ist auf jeden Fall geil Das Getränk Also da trinke ich so am meisten Habe ich ehrlich gesagt lieber wie das ganze Cola Fanta und so Sprite Ich finde irgendwie das ist immer dasselbe Nur mit irgendwie Einen anderen Geschmack Also vom äh Kohlensäuregehalt und so Vom süßen Wert und so Irgendwie immer das gleiche Nur schmeckt halt leicht anders finde ich Aber ich habe hier eher so Schweppes Das finde ich richtig geil Nur diese Flaschen könnten echt ein bisschen größer sind Aber egal So Wir spielen jetzt Donja Festung Und ich glaube das bleibt dann äh Das wird dann auch die letzte Runde für heute Denn ich glaube danach habe ich ungefähr die Stunde voll Und dann mache ich mal eine Aufnahmepause Denn eine Stunde aufnehmen am Stück reicht eigentlich auch So ich bin auch immer mit diesen komischen Typen da Hier Ninja und Quanta Style im Squad Wir gehen direkt zu B Oh nein hat er ja alleine angeholt Der kleine Wichser hat mir meine Punkte geklaut Dann gehen wir mal zu A Ähm das ist die Close Quarters Map Die auf jeden Fall am schwersten ist Mein Gott Ich glaube es wird mal wieder Zeit für die Waffe zu wechseln oder? Na ich glaube schon KH2002 heute jetzt mal Boah die Oh da war gerade ein großer Soundbug irgendwie Ähm KH2002 Ist geil Nein er hat mich mit der PP19 gekillt Schade schade Oh Stirb Weg hier Ah weg 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 ich sehe nichts mehr ah ok dann ist gerade ganz schön übersteuert die mikrofon aber muss auch mal sein so ist halt halt aber ich freue mich schon darauf die eine stunde zu rennen dann dauert wieder drei stunden so nimmt man so eine stunde auf muss man drei stunden rennen dann ja ok so lange dauert es auch wieder nicht aber dauert schon ordentlich lang vor allem mit dem schneiden dann noch mal in die zwölf minuten parts und so weiter kostet schon ein bisschen zeit die kh ist so geil wenn man da aber irgendwie ist die voll unzuverlässig kein plan warum ich glaube der kommt wieder was wird frisst er denn alles was frisst er denn die pillen die der schlug die will ich auch haben definitiv dann nur weil die art wenn ich so scheiße ist die kh habt ja nicht voll gut in erinnerung aber okay so ein kill haben war stimmen die m5k könnte ich auch mal spielen diese auf der map hier gar nicht so verkehrt nach jedem tod die waffen wechseln ich glaube jetzt ist hier die bahn frei um einzuholen kommt mit helft mir so die kommen dann von c alles klar ach ich frag noch hier 225 punkte für eine eroberung passt obwohl ich mir gerne mit irgendwo geht hier voll action ab aber ich weiß nicht wo ich habe einen stunden getötet den ich gar nicht töten wollte aber okay haupt euch am kill so jetzt ist hier einer online gekommen ist jetzt aber in dem moment egal und dann gehen wir mal wieder zu b denn dort haben wir irgendwie alles verloren ja die ag ist schon ein bisschen op in solchen situationen aber so deshalb bist du halt auf weite distanz nicht so gut dann ist es okay und verbraucht viel muni so hier sind doch jetzt bestimmt welche oder wir dominieren die grad ganz schön hart da kommt noch einer aaa jetzt kommt er ich glaube da ist aber nicht noch mehr jetzt bin ich tot da revivet mich doch bestimmt einer oder komm ich hab 12 2 bitte revivet mich dankee richtig nice im moment diese runde what the fuck aber wenigstens habe ich nur noch 50% mit meiner sekundär abgezogen bekommen das war gar keine so schlechte reflex wird wieder wie weit so weit sein kommt du hast mich wie war ich dich wie war ich dich das ist ein fairer deal stirbt ich bin hier weg einfach nur weg ganz weit weg ok wo sind die macht ihr habt sinn b alleine zu versuchen einzuholen ich mache es einfach mal was läuft was läuft was läuft was läuft keine muni mehr ich habe unbedingt eine waffe hier war ein teammate alles klar ähm boah das Licht ist ja mal voll hell gerade komm schon der hat mir nen kill geklaut der wichser pfff was für ein idiot nein ich bin nicht stolz drauf das was ich gerade gemacht hat das war schon irgendwie neupig äh revivet mich einer da ist doch einer direkt komm da sind zwei jetzt äh ne die wollen die flacke einnehmen ok dann muss ich das akzeptieren und dann gehen wir mal runter zu b vielleicht kann man ja gerade nochmal allein einnehmen nein mann ich hätte einfach nochmal messern sollen gleich haben 50% abgezogen das ist not bad not bad ähm da sind noch ein paar jetzt bei b ja 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 ne da muss ich spawnen so ich nehme jetzt aber mal a ein schön schon ja